Fußball wetten 19.10.2019 Gewinn, 70.882 Euro Autor de Selza Mackenzie YouTube. Die kostenlosen Prognosen, die ich gestern im YouTube-Livestream abgegeben habe, haben mal wieder zu einem kräftigen Gewinn geführt, weil es sicherlich Glückssache ist, dass wieder mehrere Teams unentschieden gespielt haben. Aber die Systematik des Wettsystems sagt nun mal aus, dass man somit allen Risiken wetten sollte und bis jetzt hat es immer bestens geklappt. Ich möchte noch dazu sagen, mir wird in letzter Zeit mehrfach vorgehalten, ich mache diese Wetterprognosen nur zur angeblichen Selbstdarstellung, das sie schon mehr als eine Beleidigung an, denn ich mache ja die Wetten selber und habe kein Problem dabei, wenn andere das gleiche bei irgendwelchen Wettbüros wetten. Es ist ja hier nicht so wie beim Lotto, dass man sich nahe die Gesamtsumme unter allen Mitspielern teilen muss, jeder bekommt im Wettbüro seine feste Quote und deshalb ist es mir völlig wurscht, wie viel andere ebenfalls gewinnen oder nicht gewinnen. Und ich mache das ganz bestimmt nicht aus Gründen der angeblichen Selbstdarstellung. Ich wollte das nur hier mal festhalten, denn es ist ja bekannt und dank ist der Weltlohn. Sie kennen ja die Systematik nach welcher Art und Weise hier für jedes Spiel immer zwei Chancen gewettet werden müssen und können das ja ganz einfach für alle ihre eigenen Wetten machen, wenn sie ein bisschen was von Quantenmechanik verstehen. Es ist schon etwas ärgerlich, dass es hier immer wieder Idioten gibt, die einem das nicht können, selber vielleicht kein Geld haben, um die Einsätze zu bezahlen, aber es ist dann zumindest äußerst unfair, wenn man die anderen Gewinner der Selbstdarstellung oder Manipulation bezichtigt. Nun ist es gestern wieder einmal zu einem relativ hohen Gewinn, wie nachstehend dargelegt gekommen. Samstag 19.10.2019 Union Berlin Freiburg 1 und 0 2 zu 0 2 Euro 40 2 Euro 40 Augsburg Bay München 0 und 2 2 zu 2 8 Euro 19 Euro 20 Düsseldorf Mainz 1 und 0 1 zu 0 2 Euro 40 46 Euro 8 Leipzig Wolfsburg 0 und 2 1 zu 1 4 Euro 25 195 Euro 84 Bremen Hertha Berlin 1 und 0 1 zu 1 3 Euro 70 724 Euro 61 Sück Moskow Kasern 0 und 2 0 zu 0 3 Euro 40 2463 Euro 67 Bansley 20 A 1 und 0 1 zu 1 1 3 Euro 80 Euro 80 Euro 80 Euro 80 Euro 20 Düsseldorf Mainz 1 und 0 2 zu 0 1 Euro 90 37.845 Euro 62 mit Lesbos Raff Brumweg 0 und 2 0 zu 1 1 Euro 90 71 906 Euro 69 2 mal 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 2 gleich 1024 Einsätze Schrägstrich 1024,00 Euro 70882 Euro 69